Im nächsten Kampf steht sich gegenüber an die Gewichtsklasse in Wiener bis 69 Kilogramm. Rote Ecke, Roberts, Gerlo, B.C. Simmer. In blaue Ecke, Kevin Diger, Bitterbotsport. Dieser Kampf geht über 3x3 Minuten. Der Kampf geht über 3x3 Minuten. Hammer, Rote Ecke, Hans Schlenker 3 Fahrer. An der Videospiele sich die . . UNTERTITELUNG Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.